ja Hallöchen Willkommen zurück zu Let's Play De Beine Weisek und ich hab keine Ahnung warum gerade keine Musik kommt wieso nicht? Was ist los mit dir? Okay, das macht Musik. Okay, egal wir machen weiter Ah! Musik hängt in der Höhe Moment, ich will richtige Musik Ah! Daran könnte es liegen, ne? So, nachdem wir jetzt auch die Musik angeschaltet haben war es natürlich nicht beschwert, dass keine Musik da ist Wir wollten, dass die Musik aus war Ich hab eben gar nicht geguckt ob wir da noch irgendwas erledigen hätten können in der Ebene eben Ich geh mal davon aus, dass wir das letzte Folge noch machen Sorry auch, dass letzten zwei Tage keine Folge mehr kamen Aber ich musste ganz viel Adder schneiden und so Und das war nicht ganz so einfach Ich war im Rechner halt ständig beschäftigt mit Rändern und während ich render kann ich nicht eisig aufnehmen Nur während ich hochladen Das ist komisch, aber es ist egal Das ist komisch, aber es ist egal Huiiii Oh Gott Oh Gott 3$ Bill Random Tears Oh Gott Nein Nein Oh nicht Oh nice Das ist Servoratorium Jetzt bleib mit weg Aspex Oh die Äh the Actually If they're low Oh, no sich das he– god 頭 judge Gerhard hier was haben wir vertreten Spectre-Tiers mann, wie so denn? Keiner braucht Spectre-Tierschütze Können jetzt sollten das Ding füßt, aber was bringt uns das? Wer irgendwo eine Mauer oder so? Po Ach ja mach weiter so, mach weiter so Du nicht du triffst uns nicht immer noch nicht aber wir treffen dich wir machen mir was du schaden stirb st alle das ständig geholfen jetzt bringt die Zielsdrechte wenn er so macht dessen auch wie viel erlaubt haben wir denn bitte der Ständer mit dem epischen Baby bei einem wir sollen die Musik ich habe gesagt die Kuhlung in Deutschland ganz gut perfekt ha ha morgen wo morgen wo morgen wo die lösung eine lösung nein nein Nein. Es ist unfair. Ihr seid zu schlau. Sie sind keine so schlaue KI haben. Nein, ich habe gesagt, sie hat keine so schlaue KI. Sie hat keine so schlaue KI haben. Keine schlaue KI. Keine schlaue KI. Keine schlaue KI, bitte. da die Verwunden okay oh ja wenn wir das hat sich schon mal gelohnt hat sich auch gelohnt das ist das ist das ist das ist das da habe ich es backfill tiers und sie schießen direkt das zackhaufen oh schick mit einer million herzen oh nein ja da kann ich das da 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 ich habe da 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 so da 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 auch da ich hätte gerne Goldbaum ich habe mich mit Gott 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 für trinken genutzt ist aber Mann! Nein, stirbt! Ihr seid Mongos! So, ein roter Mongo, zwei roter Mongos. Beide Wegen machen wir auf den Job auf. Kisse können. Wir kaufen uns erstmal noch gar nichts, machen wir so nicht herzlich. Vielleicht finden wir noch den Geheimraum oder so? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie ich hab' im Hintergrund. Ich hab' den Geheimraum! Der Geheimraum! Der Geheimraum! Au, wach! Und ein... Uuuuh! Yay! Der Geheimraum da! Ha! Ich hab' nachgeholt. Das hatte ich gehofft. Ich hab' hier einen Job. Ah! Ich hab' wieder die Tränen. Die Tränen verlangsamen manchmal. Perfektion Tears. Perfektion Tears. Komische Tränen. Sowas kaufen wir. Ist das Mord-Trinket-Room? Oder ist das... Nein, Mord-Trinket-Room. Wo denn? Heißt, wir können jetzt ein zweites Trinket tragen. Ach, hätten wir eins. Also da... Da... Halbohr, ein bisschen Kälte drauf. Ich wollt's euch jetzt zeigen, aber... Zähne. Pisse. Was? Perfektion. 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 Lass' der Boss! Nein, wir sollen nicht! Genau, da lauf' ich noch rein! Nein, 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 nein! Aua! Na, getroffen, aua, aua. Okay, ja. Okay, der Raum ist ja haut. Die Ferne wollen immer lang. An... Kanten, Ecken. An Sachen halt. Komm her. Hui! Hui! Ja, hu. Monstretweiler. Oh, nice. Was ist... Aber sie sind cool. Oh! Oh, Monstro! Mach den Laser! Mach den Laser! Nein! Laser! Der Laser war deutlich sympathisch. Das muss man sagen. Ich würde mal sagen. Wir machen genug Schaden und wir machen genug alles. Wir machen genug Schaden und wir machen genug alles. Kann man sehen? Das wird immer ein bisschen hässliches, das er immer einen ganzen Schaden macht. Okay, das macht keinen ganzen Schaden. Mach den Laser! Danke. Ach! Mach den Laser! weil der laser kommt alter was bin ich in filmung ich hab jetzt einfach stehen ich glaube nicht alles rein ja so genau so wollte ich das machen ja noch mal rein das ist jetzt kein bürs wieder bohler holen holen du hast du mich verarschen doch hier oder ist ein freundlicher um wenn wir da stehen ja ich glaube die Nummer stehen kein lustiger Bomber für Bomber oh fuck Dale hey komm her Ich geh mal waschen. Ok, da kommt noch eins des Kacke jetzt. Wir öffnen aber noch dich. Was ist denn deine Verfolgung drin? Pisse! Immer noch Verfolgung. Nimm das auch. Ich setze gar so eine Full-Helf-Spiele. Mir ist das ganz angenehm. Das Glück können bei Random-Tiers, wenn wir mal Bomben drehen können. Das wäre nervig. Ja, wir haben mehr Leben als das Ding anzeigen kann. Ja, das ist normal. Das ist immer so. Wir haben jetzt noch ein Silberherz. Also, das Sieben-Bus. Aber wir sind V-Baller. Ja, wir sind. Wenn wir jetzt getroffen werden und... ...ich kriegt oben keinen Schaden, dann bin ich kein Cheater, sondern hat einfach... ...ich kriegt oben. ...ich kriegt oben. Ach, verreckt. Das ist doch, danke. Hui, ich bin kaum überaktiv. Wir beenden die Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal mit Maggie. Mit 12 Herzen. Tschüüüüü.